Ist aber egal, ob du da bei Frankreich männlich, weiblich, egal was, es leidet alles. Ja, leiden können sie, die Franzosen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge of StarCraft 2 2 gegen 2. Warum hast du heute schon wieder so einen komischen Sandvogel als... Ich habe keine Ahnung. Oh, ich bin schon wieder Terraner. Ich war doch gar nicht Prodos heute. Kenn ich mich auch. Mon Amour. Pari. Er hat immer noch nicht Pari gesungen. Ah, du wolltest. Hab ich gerade beschlossen. Le Foe ist das Feuer, glaube ich, ne? Das sind die Füße. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt kommt Pari. Wir brauchen mehr Mineralien. Pari. Man weiß nicht, ist es Autotune oder ist es... Pari kommt doch öfter jetzt vor, weil im Niederländischen gibt es dann Parais. Die Kreis nach Parais. Und Berlin. Warum haben wir nicht immer ein IJ da drin? Man weiß es nicht. Die Niederländen sind komisch. Jetzt schon keine Versorgung mehr. Europa Bar. Was? Fuck? Aber, also er fühlt es auf jeden Fall. Das kann man ihm nicht abschreiten. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wat? Also es ist jetzt nicht mein Platz 1, aber... Er leidet einfach nur. Ja, aber er leidet gut. Also ich denke schon, dass das hintere Top Ten bei mir sein wird. Du bist komisch. Nee, ich bin Formula Ueckensen Champion. Stimmt, ich glaube... Nee, Mono war Formula Ueckes in dem... Du auch. Ja, ich stütze gerade Formula Ueckes in dem... Aber ich bin ja auch ohne ABS gefahren. Das stimmt. Aber demnächst ist wieder Gründonnesstag, da müssen wir dich aufnehmen. Gründonnesstag? Ah, da ist dein freier Tag. BBM Einsatz bereit. Jawohl, im Verbund haben wir den richtig kaputt gemacht, Herr Ueckes. Und die Deutschen, die machen alles kaputt. Ja, ist ja gut jetzt. Aber er leidet so schön. Ich mag das. Das ist die einzige Ballade, glaube ich, dieses Jahr, die ich mag. Aber ich werde auch gar nicht viele Balladen haben, glaube ich, dieses Jahr. Jetzt sei doch froh. Unsere Kommando-Zentrale wurde ausgebaut. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß das nicht. Warum habe ich jetzt eine zweite Barracks gebaut? Ich mag Terraner nicht sagen. Wusstest du das schon? Ich glaube, ich habe mal was davon gehört. Uns fehlen Mineralien. Und doch einige noch. Die Bankstor, natürlich. Uns fehlen Mineralien. Die Tam. Da ist ein Overlord bei dir. Ich habe meine Hoodies wieder für's Haus. Nach Paris. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Oh, Run, Na Na Hay kommt jetzt. Natürlich. Warum nicht? Und er darf Shit nicht singen übrigens. Gleich in den ersten. Einfach, einfach, einfach shit. Genau, da hast du gehört, wie schön sensiv wir waren. Das ist doch unser Michelin-Männchen. Ja, ja, natürlich. Das ist ja etwas reduzierend. Das mag ich nicht. Das ist unser Radiopop-Sänger. Das finde ich besser. Es hat Entertainment. Also ich möchte übrigens... Nein. Ich möchte übrigens sagen, wir sind den Quotenplatz 31. Und wir sind schon im Finale gesetzt. Das heißt schlechter als 25. Da können wir gar nicht werden. Trotzdem sind wir 31 in den Quoten. Warum machst du zwei Reaper? Äh, weil ich mich verdrückt habe. Und wenn man sich verdrückt hat, hat man halt zwei Reaper hergelegt. Also ich meine, er kann ja auch singen, aber das ist halt sehr radiolastig. Das klingt jetzt sehr langweilig. Eben, das ist ein bisschen das, was ich nicht vom ESC erwarte, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal er, glaube ich, in der Talkshow jetzt gesagt hat, er ist ja auch nicht so ein Typ für so große Show immer. Ja, dann bist du halt falsch beim ESC. Sorry. Wo, wenn ich da... Dann muss er aber zu Hause bleiben eigentlich. Darf nicht mitkommen oder so. Ja, du hast ihn. Ja, schieße nochmal. Korrekt. Ja, geht nicht. Bereit machen, Jungs. Aber ich mag den Elefant, der immer zwischendurch kommt. Meinst du ihn? Nein. Gegner, Hilfe. Oh Gott. Du bist nur... Da bin ich. Das war der Torö-Mensch, hast du ihn gehört? Dafür bin ich mit Blümchen. Wagga, wagga. Töra. Töra. BWF bereit. Äh, doch auch. Ist aber typisch deutlich. Ich bin eigentlich keiner, der so Auftritte mag. Ja, dann tritt mal auf. Genau, das war... Malek Harris hat exakt das Gleiche gesagt. Und was hat es uns gebracht? Einen letzten Platz. Ja, gut. Wir haben ja unseren besten Abschnitt mit Icke in die Luft geschossen. Nein, das war übrigens das Jahr danach. Wir brauchen endlich mal ein Lied ohne Sau. Damit hat man richtig abgesagt. Nein, hat man nichts. Ja, es ist jetzt natürlich spekulativ. Dafür reicht die Energie nicht. Geht nicht. Dafür... Erweiterung fertig. Töra. Wagga, wagga. Das ist ein Misch aus allen Liedern. Also wenn ihr mit Blümchen wacca wacca... Also den Töra-Menschen mag ich. Also den Elefanten sozusagen. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Uns fehlen Mineralien. Ja, jetzt ist aber auch ein bisschen over. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Los, los, los. So, er overused hat das bisher. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Was ist von Flugzeugabstürz am Ende? Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wohmlich. Das falsch war. Es kann losgehen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Die ersten Medivacs sind im Bau, meine Freunde. Du hast sie schon. Da. Du bist ja wieder mega schnell. Natürlich. Das ist wie ein Formel 1. Wenn der Eimer vorne ist, dann kriegst du ihn auch. Jetzt kommt erst mal die Feuerwehr. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Kommt alle aus dem Bau. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Hier erinnert mich an irgendwen. Ich glaube, ich bin wirklich entschließt an W. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Erweiterung hilft den Freebrennen. Ja, können wir drunter, aber muss fokussen. Man hat kein Speed, nein, er hat noch kein Speed. Man hat die Bälligen im Fokus, wenn du kannst. Ich hab's versucht, aber er war schneller als ich. Also aus irgendeinem Grund habe ich in dieser Auge schon voll die Frame drops. Das ist nicht gut, wenn man weniger fokussen hat. What the fuck? Ja, nicht wegrennen. Was war das denn für ein Move? Ich kämpfe doch. Dachte ich zu. Hoch, 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 tief, tief! Musste man Ries nachbauen. Eigentlich mussten wir kurz die Stargill anpowern, wenn wir können irgendwie. Sind Jörgert denn auch? Waren Cyber, waren Neidas, aber ist okay. Achtung von hinten kommt so links und rechts raus. Der sitzt jetzt bei uns. Ja, macht ja nix. Fokus mal hier, die Power vom Stargill. Wie kaufe ich mir? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Losgeladen und entsichert. Kannst du dich? Nee, du bist ja auch dran. Soll ich mich? Im Weckluck. Wie sind das heute komische Spiele? Die sind alle so cool. Ja. Fit for our ESC. Guck mal, die brauchen gar keinen Firefighter, weil es riecht nicht so stark. Das stimmt. Da brauchen sie jetzt einen. Ich hätte es gut gefunden, wenn die so eine Feuerwehruniform angehabt hätte. Dann hätte ich ihr das abgekauft. Aber sie ist nur so eine Roman Emperor hier. EU4, äh, Quatsch. EU5 ist angekündigt, Cyborg. EU5 ist angekündigt. Also es ist noch nicht offiziell gesagt, dass es EU5 ist, soweit ich weiß. Aber es ist allen klar, dass es EU5 ist. Bist du Projekt Europa, oder? Ja, es heißt irgendwie Projekt irgendwas. Ich habe vergessen, wie es genau heißt. Wir brauchen mehr Mineralien. Aber die Screenshots sind sehr eindeutig, dass es EU4 ist. Ich wollte mal nicht. Ähm, EU5 natürlich. Mein Gott. Und dass es 1335 oder so spielt. Also 100 Jahre vorher. Lass mich raten. Sie machen das Spiel jetzt wie EU4, bringen ungefähr ein Sechzehntel der Features, die es bei EU4 gab. Äh, äh. Ja, aber es gibt schon mal keine Mana mehr. Das ist doch schon mal schön. Ich bin dumm. Was wird denn hier für ein komisches Flughafen? Ich habe Ovalor zu viel gebaut. Am Anfang, direkt am Anfang verkackt. Ist er der Sänger? Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranworfen können. Wir brauchen Mineralien. Befteki, das ist gut. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Okay, das wird auch nicht mal in die Saal. Du bist ja noch gar nicht angefangen, Mitglied. Warum hat die eigentlich so Töpfe? Ja, das aber jetzt schon. Warum hat die so Töpfe als BH? Äh. Erstmal Butter-Werbung. What the fuck? Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Kann es sein, dass das irgendwie Werbung ist? Wir brauchen mehr Mineralien. Nein, ich glaube, dass es sich immer lustig machen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Da, 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 da. Guck mal, jetzt brauchen wir einen Firefighter. Da brennst du in den Hintergrund. Jetzt können wir den Regen von Firefighter zusammenbunen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Geht nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Immer nur da hilft mir auch nicht weiter. Ja, das heißt ja ja auf einer verbotenen Sprache. Mineralien. Mit Zimitar. Ich kann aber auch ganz schön lieblich. Zimitar. Mineralien. Ich nutze jetzt nochmal gleich Gas. Ganz spät, aber egal. Da, 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 da. Ohne Zusatz, wir haben kein Gas mehr. Dafür fehlt uns Vespin Gas. Da, da, da. Edgar Allen, Edgar Allen, da, 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 da. Das hat sich aber auch nicht so angehört, wie sie das eigentlich vorgehabt haben, glaube ich. Ja, live performance war leider eher so mäßig. Wir brauchen mehr Mineralien. Da, da. Ich dachte, das ist ein komisches Liedsau. Geht's in irgendeinen Garten, glaube ich. Wir brauchen mehr Mineralien. Was wünscht ihr? Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Oba, oba. Oba, oba. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ey, ey, ey. Ey, ey. Wir brauchen mehr Mineralien. 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 Weil das Lied wird auch nichts werden. Und es fehlen Mineralien. Und es fehlen Mineralien. Und es fehlen Mineralien. Da. Es wird abgeguckt von der anderen. Hier fliegt die Barracks übrigens. Die Erstgeborenen werden auf siegen. Mach am besten. Alles, was ich gucke. Alles, was Mac ist kaputt. So soll es geschehen. Es wird vermutlich Mac geben. Das ist der Fall. Was habe ich gerade erwähnt? Hä? Ich habe doch gecancelt. Ja. Exekutor. Du klon? Ja, ich habe doch gesagt, Mac. Hörst du mir eigentlich nie zu? Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ich glaube nicht, dass... Okay, dann äh, Planänderungen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Probieren wir halt mal was. Äh, gegen Mac Casino verlieren. Hey, ich bin einfach nur ein Gas hinbauen. Macht das doch jetzt. Nee, nix. Einfach Gas dahin. Dafür brauchen wir mehr. Ja, ich spiele Supply Block. Was ist da los? Ja, ich kann jetzt nicht mit diesem Quatsch mich beschäftigen. Machst du denn kaputt? Ich bin der Wille des Hierarchus. Ich wurde gestemmt. Im Hotel habe ich gesehen. Dafür brauchen wir mehr Gas. Dafür fehlt uns mehr Gas. Wo habe ich hier keine Gas atomiert? Warum kennt der denn die ganze Zeit? Weil er etwas von dir wissen möchte. Ich meine Army Composition, die besteht aus Rotsches. Möchte er in Erfahrung bringen. Ja, das ist schlecht. Weil du musst ja viel zu langsam gleich. Da ist er, Zeiroc. Ohne zusätzlich. Ich bin viel zu langsam. Das ist doch das nichts. Das ist vorbei. Ja, ist vorbei. Dafür brauchen wir mehr Gas. Aber ich habe doch Upgrades. Hier wurde es aber keine Einheiten und ich auch nicht. Hast du denn auch eigentlich höhen Angst? Und damit, wie ich sagen, war es das für heute? Ich habe das gedauern. Ich bin ja hier oben jetzt in der Vögel. Macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020